Seit 1999 liegt dieser Teil der Schule verlassen da. Nur leblose Tongegenstände werden uns auf unserer Reise begegnen. In den verlassenen Zimmern liegt noch immer der Geruch von Schweiß. Manch einer erinnert sich immer noch an diese strengen Zeiten. Generationen von Schünern lebten hier mit Erziehern und Priestern unter einem Dach. Priester, die zum Teil dafür bekannt waren, auf das benachbarte Schirohain zu schießen. Den meisten bleibt der Name Karl von der Fort unvergessen. Doch wer waren diese Leute, die im Studiersaal rauchten, die sich ihre Zeit mit Kartenspielen vertrieben? Internatszeit waren keine Herrenjahre. Nicht ohne Grund findet man den Begriff Internieren im Wort Internat. Schüler Schwiegen noch bis in die 70er Jahre wurde nur einmal in der Woche geduscht. Kaum verwunderlich, dass diese Zustände viele zur Flucht zwangen. Manch einem war der Kaffee nach der Schule wohl nicht mehr stark genug. Und so finden wir zahllose Zeugnisse von Ausflügen in die Wirtschaften der Stadt St. Vitt.